Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Da die letzte Aufnahme schon ein paar Tage her ist und wir leider auch eine Folge überspringen mussten. Doch, ein Kredit wäre noch möglich, aber sinnlos. Kredit befreit, Kredit befreit. Aha. So, mit anderen Worten, ich bräuchte jetzt mal dringend hier... Oh, eine Ratte? Nein, ich wollte doch die Ratte, verdammt nochmal. Oh, ich brauch vor allem dringende Allgemeinmedizin. Neue Ziele. Installiere ein Upgrade. Ja, an welchem Gerät machen wir es? Wir haben nur kein Geld für ein Upgrade. Ja, super. Heißt das, wir stecken jetzt in eine Sackkasse? Aber egal, denn der Romerus hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wir können ein Ziel auch abwählen. Gut, dafür kassieren wir zwar 10 Ruf, aber egal. Schicken wir nach Hause. Wir müssen nämlich gucken, dass wir dringend irgendwie an Geld kommen. Hoffen wir, dass das nächste Ziel ein bisschen besser ist. So denn endlich mal eins kommt. Ich drehe mal kurz am Tempo, weil wir können ja nicht groß was machen. Das ist ja eben das Doofe, wenn kein neues Ziel kommt. Wenn Sie etwas Verrächtiges bemerken, stellen Sie bitte auf eigene Faust Ermittlungen an. Und wieder 8 Toiletten reinigen. Okay, ich denke, das ist ein machbareres Ziel. Auch wenn es nicht gerade das Geilste ist, weil irgendwie kaum gefühlt Stolten benutzt werden. So, komm, da direkt auch reinigen. Ach man, warum gehst du nicht in die? Dann hätten wir die auch reinigen können, meine Fresse. Ja, komm, bitte geh doch... Nein, jeden in die... Was stimmt denn nicht mit euch? Ah, sehr gut. So, Moment. Notfall, Spritzen. Habe ich eine Spritzen... Ja, ich habe ein Spritzenhaus. Perfekt. Ja, Gott sei Dank. Sehr schön. 20.000 Taler und Ruf haben wir bekommen. Das finde ich super. Bringt uns zwar erstmal nur bedingt was. Nö. So. Krankenschwester ist unterwegs. Dann machen bitte hinne und heil bitte alle. So, Forschung für Geld ist abgeschlossen. Das ist schon mal super. Aber wir können jetzt immer noch keine neue Forschung machen. Ja, toll. Alter, das Level ist echt... Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. So, einer hat schon abgeschmatzt. Aber wir haben jetzt gleich unsere letzten Toiletten. Nein, nicht jetzt. Weil kein Geld. Jetzt brauchen wir nur mal einen Hausmeister, der sich dessen annimmt, damit wir auch Geld kriegen. Weil wir verzocken hier die ganze Zeit immer alles. Sehr schön, einen hast du geheilt. Bitte heil jetzt auch die anderen Beine. Ja, erstmal eine Pause, ist klar. So, du wirst jetzt abrufen und ins Spritzenhaus boardert. Alter, wo rennst du denn hin? Harrison Mulf ist wieder auf Sendung. Bleib dran. So, jetzt mach bitte hin, ne? Mein Gott, die deutsche Stimme ist echt verstörend. Da muss ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Achtung, bitte füttern Sie die Geister nicht. Sie sind tot. So, das Geld scheinen wir bekommen zu haben für die Toiletten. Nächste Aufgabe, bilde einen Arzt aus. Ja, toll. Okay, dann bilden wir doch mal Diagnostik. Wir machen einen intern. Und das darfst du dann machen. Zack, bitte. So, erwischt. Bringt zwar nichts, aber erwischt. Boah, ey, das Leben ist echt so mega mies. Unglaublich. Das bringt jetzt auch nichts, wenn wir ein Darlehen aufnehmen. Boah, ich... Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, ob ich das Level schaffen werde. Weil das mit dem Geld ist ein so dermaßen mieser Faktor, wo ich nicht wirklich was machen kann. Ja, toll. 10.000 Zahler, die helfen mir zwar weiter, aber leider eben nur minimal. Deswegen bin ich jetzt nur bedingt happy darüber. Preise, ja, Preise können wir nichts machen. Nicht mal an den Automaten kriegen wir was. Wie mies ist das bitte? Schocktherapie benötigt. Nein, du kannst nach Hause. In Standhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Warte mal, hab ich schon einen mit der Fraktur gesehen? Aber keine Ahnung, ob wir den irgendwie... Ne, eine Frakturstation haben wir nicht. So, dann schauen wir mal. Was wir alles nicht bekommen haben. Ja, alles bis auf die beiden. Immer in Krankenhaus mit bester Forschung, weil wir einmal geschafft haben, für Geld zu forschen. Ja, ne. So, warte mal ganz kurz. Ich mach mal eben ein bisschen langsamer, denn... So, den wollte ich. Dich schicken wir nämlich nach Hause. Dich können wir sowieso nicht behandeln. Dich genauso. Dich auch noch nicht. Wir schmeißen jetzt einfach mal rigoros ein paar Leute raus, die im Weg stehen, um ein bisschen hier unsere Arztzimmer zu entlasten. So, du brauchst auch das DNA-Labor, das wird auch nicht gehen. Weil, wie gesagt, jetzt brauchen wir ja nicht das Geld aus den ganzen Untersuchungen. So, den Farbheimal haben wir auch nicht, deswegen hinfort mit dir. Komm, du kommst auch direkt weg, bevor du uns hier wegstirbst. Oh, jetzt fehlt die Personalstimmung. Ich krieg die Krätze. Was ist denn jetzt hier bitte euer Problem? Ja, komm, du kriegst mal eine Gehaltserhöhung. Können wir uns zwar nicht leisten, ihr beide genauso. Und ja, komm, auch du kriegst eine Gehaltserhöhung. Damit ich mir das eh nicht mehr angucken muss, mit eurer Laune. Ja, Krankenhaus arbeitet nicht kurz. Denken, Larry, du bist so witzig da unten. Öffentliche Ziele? Erreiche einen Temperaturkomfortwert. Das ist mir entgangen. Sehr schön. Du darfst gerne befördert werden. Und da haben wir den ersten Stern. Sehr schön. Es ist meine Aufgabe, dir mitzuteilen, dass das Gesundheitsministerium von Tupac dieses Krankenhaus mit einem Stern bewertet hat. Wir werden umgehend untersuchen, wie es dazu kommen konnte. Aber zunächst kannst du mit deinen erfolgreichen, wenn auch verdächtigen Aktivitäten fortfahren. Du kannst jetzt aufhören und den tropischen Süden des County genießen. Natürlich darfst du auch hier bleiben, wenn du tatsächlich so dumm bist. Ja, ich würde sagen, wir fahren tatsächlich erstmal fort. Weil, äh, ja. Ich, äh, mach ja ganz gerne die Level wirklich fertig. Deswegen müssen wir da halt noch ein bisschen tätig werden. So was haut mich ja völlig um. Bungle Meditec hat eine neue Vitamintablette mit Nanotechnologie auf den Markt gebracht. Ihr habt richtig gehört. Die Tablette scannt euren Körper nach den Vitaminen, die er braucht und synthetisiert diese anschließend. Entweder das oder sie explodiert in eurem Inneren und bringt euch um. Oh Mann. Auf solchen wirken die Texte noch bescheuerter, muss ich gestehen. So, du kannst schon mal raus. Du wirst hin nicht behandelt. Haben wir noch einen? Warte mal, doch, hier sehe ich doch noch einen. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgeführt werden. So, noch mehr Toiletten sauber machen, bitte. Gut, mittlerweile habe ich einfach so einen Andrang an Menschen. Da ist die Aufgabe mit den Toilettenreinigen noch nicht mal so sonderlich schlimm. Deswegen nehme ich die sehr gerne. Nein, die schicken wir nach Hause. Sehe ich auch. Krankenhausstufe 12. Okay, Personalstimmung hochhalten. Wird ein bisschen wuselig werden, denke ich. Manchmal glaube ich, die reinigen die gar nicht, weil ich habe jetzt gerade nur eine dazubekommen. Also einen Punkt hier. Fürs Toilettenreinigen mit einem Spritzennotfall. Ja, her damit. Nehmen wir gern. Sehr gerne. So, du kannst auch schon mal weg. So, ich hoffe, hier kommt jetzt jemand hin. Ich bin jetzt hier dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. So, Lydia, dann versau's diesmal nicht wieder. So, wir brauchen noch eingereinigtes Klo. Man möge einmal tätig werden. So, dich schmeißen wir schon mal raus. Epidemie-Warnung. Ach, wie war das denn noch? Im Krankenhaus wurde die ansteckende Krankheit fürchterlich Fluch gefunden. Okay, wir haben einen kleinen Vorrat an Impfstoffen. Der fürchterlich Fluch ist am Gang der Betroffenen zu erkennen, der an Patienten erinnert. Ach ja, die Mumifizierung. Okay, gut, wir machen mal langsam. So, du auf jeden Fall. Du bist geimpft. Du auch. Ja, du hier oben auch. So, wo haben wir noch einen? Hier unten. Da nicht. Ich hab jetzt auch, muss ich gestehen, nicht gelesen, einer ist noch infiziert. Sieht ihr niemanden zufällig gerade? Ich seh' ihn gerade nicht, muss ich gestehen. So, Geld fürs Kloputz haben wir bekommen. Schön. Popstar-Besuch, ja, komm vorbei und lass uns... Da, hab ich dich. Bam! Und noch ein Bonus von 12.800. Schön. Jeder Taler hilft. Und mit einem Darling könnten wir jetzt fast ins Plus kommen, aber eben leider nur fast. Dicht ist. Wie ich höre, ist eine neue Epidemie im Umlauf. Als chronische Prochonda verlasse ich den Sender erst, wenn sie ein Heilmittel gefunden haben. Oh, gehen Initiale auf einmal so deprimiert zur Seite? Gibt es mehr Musik wie diese hier? Wir werden von einem Promi besucht. So, dusch mal raus. Neue Aufgabe. Och, 200 Forschungspunkte. Toll, wie soll... Ach, das ist jetzt richtig mies. Jetzt stecke ich in der Sackgasse, aber ich kann ja, wie gesagt, die Aufgabe einfach abbrechen. Kostet mich zwar ein bisschen Ruf, aber das bin ich gern bereit in Kauf zu nehmen. Warte mal, ich wollte gerade sagen, wir hatten hier doch so einen Patienten mit flauschigen Viechern am Arm. Können wir eh nicht behandeln. Also raus mit dir. Genauso wie dich hier, du Suppenkasper. Dich genauso. Moment. Ja, komm, geh mal zum DNA-Labor. Du musst jetzt nicht für das letzte Prozent irgendwie zur Arztpraxis gehen. So, was haben wir hier? Ey, wieder die gleiche Aufgabe. Wie mies ist das bitte, zweimal die gleiche Aufgabe zu kriegen? So, 20.000 für die Patienten. Sehr schön. So, was machst du hier für eines? Also, ja, das stimmt wohl grundsätzlich. Aber, wir brauchen erstmal eine neue Aufgabe, damit wir ein bisschen Geld verdienen, weil das ist gerade echt ein bisschen sehr mies. Ich will dich gerade auch hier noch irgendwen aussortieren können, weil manche Krankheiten, die sieht man ja nicht sofort, was das ist. Ein Hausmeister ausbilden. Ja, das kriegen wir doch hin. Guck. Ähm. Motivation. Ja, bist du als Einzige weitergebildet? Ja, geil. Ja, Stationshauser, Nachwuchshausmeister. Also, einmal ausbilden, bitte. Und bitte gib Gas. Komm, du gehst mal zur Behandlung. So, wir drehen mal wieder das Tempo ein bisschen hoch, in der Hoffnung, dass wir möglichst bald, was hast du Schönes? Ach, du hast den Termin hier. Stimmt, du warst das ja. Ja, jetzt fehlt uns ein Chirurg. Ganz großes Tennis. Fünf Monobiester. Ich nehme es mal an, wohlwissend, dass es sowieso nichts wird, aber was willst du machen, ne? Ich überlege, ob ich in meine Personaldecke mal ein bisschen einschrumpfe. Könnte vielleicht helfen. Die Ärzte hat doch gerade gar nichts zu tun. Du bist allerdings Forscher, das fände ich jetzt nicht so geil. Hier, du hast auch nichts zu tun. Dann, dich schmeißen wir raus. So, brauchen wir wirklich zwei Larrys am Empfang? Ich weiß es offensichtlich nicht. So, aber dich, obwohl ich dich jetzt gleich weitergebildet habe, ich würde sagen, dich schmeißen wir mal raus. Dass wir bei den Hausmeißen auch mal ein bisschen sparen, wobei, wir kriegten mehr Gehalt. Ja, ihr beiden, aber seid auch geistig. Aber dann schmeißen wir vielleicht einfach mal ihn raus. Um genau zu sein, ich habe das Telefon ausprobiert. Sparen geht uns. Sehr schön, und 20.000 wieder. Mist, gerade wieder Geld bezahlt, aber hey, ein Monat mit Plus. Wow. Nächste Aufgabe, fülle acht Verkaufsautomaten auf, ja dann. Oh, das ist sehr mies. Wir haben nämlich nicht so viele. Warte mal, hier ist auch noch einer. Ich muss gestehen, ich war mir irgendwie nicht bewusst, dass man die Dinge auch händisch auffüllen kann. Entwesungsanlage, sorry, ab nach Hause mit dir. Und du geh mal, sobald du kannst, ja, direkt in die Behandlung, bitte. So, da auch wieder auffüllen. Den auch einmal auffüllen. Förderung, ja gut, komm, bevor du uns jetzt abtrünnig wirst und wir keinen neuen einstellen können. So, komm, da ist direkt wieder einer. Warte mal, rausholen, deswegen her damit. Pausenraum sieht's ein bisschen schwieriger aus. Komm, dich können wir auch schon mal direkt rausschmeißen. Dich genauso. kann den gewünschen Raum Stationstür nicht erreichen. Warte mal. Wo ist der denn? War das nicht Dr. Bernard Fenton oder wer war das? Du kannst auch schon mal gehen so. Ah, verdammt. Ja, toll, jetzt ging das leider zu schnell weg. 200 Forschungspunkte. Dein Ernst. Ich finde das so mies, wenn man Aufgaben kriegt, die man nicht erfüllen kann, weil wir hier leider keinen Darlehen. Doch, ah, wir haben das bald. Sehr schön, wir haben ja noch das eine Darlehen am Laufen. Stimmt ja. Aber ich möchte mir erst zwei ans Bein binden, wenn... Ey, wieder die gleiche Scheiße. Was soll das? Vor allem, warum zweimal hintereinander? Das finde ich so kacke. Dass man die hin und wieder mal kriegt? Okay, bitte, von mir aus. Aber warum zweimal hintereinander? Wenn man es... Vor allem, wenn man es abgelehnt hat. Wenn man die gemacht hat, okay, gut, gerne ein zweites Mal. Aber wenn man die doch ablehnt? Warum? Zirkus? Hab ich nicht. Ich installiere ein Upgrade. Das wird auch nichts. Alter, was stimmt denn nicht mit dir? So wird das Ganze natürlich extremst schwierig, wenn man immer nur sowas kriegt an Aufgaben. Derweil müssen wir mal ein paar Patienten rausschmeißen. So, was war jetzt? Krankenpflege ausbilden. Das kriegen wir hin. So, Diagnostik 1. Das machst du mal als Nachwuchsschwester und bildest den Oberbabbo hier oben aus. Aber ohne Mist. Ich frage mich echt, wie man das einigermaßen in einem vernünftigen Tempo schaffen soll, überhaupt mal wieder ins Plus zu kommen. Das ist ja schon hier die große Herausforderung, die wir haben. ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob wir es schaffen, keine Ahnung, wie wir es schaffen. Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nichts mehr. Wir machen ja die ganze Zeit nur Verluste, ohne dass irgendwie Geld reinkommt. falls noch einem eine Idee kommt, wie man Geld verdienen kann, bitte haut es raus. Das würde mich zumindest sehr freuen, wenn mir da irgend noch eine andere Art offenbar wird. Oder würde, besser gesagt, nicht wird. Stürmflüten raus, okay, macht doch. Ihr hört Harrison Wolff. Auf Radio Two Point. Es schadet mir leider nicht, ach, erwischt. Du bitte raus. hat sie im Hotel Torblon versucht, wo all die Promis übernachten. Oh, Lendenverzerrung, kennen wir das schon? Ein selber doch unswertes Leiden, das man mit eigenen Augen sehen muss, um es zu glauben. Nur leider kann man es damit nicht mehr vergessen. Also am besten nicht hinsehen, wirklich. So, ihr Lieben. Wir machen jetzt an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, es hat gefallen, auch wenn wir immer noch nicht im Plus sind. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssigowski.